Da landet einer bei uns, aber nur einer, seh ich. Ne, da ist noch einer, der kommt von weiter oben. Und die lassen sie so, ja, äh, schlagt, die hat uns ne Bibel in die Hand gedrückt, so, jetzt schlagen wir diese und diese Ferse mal nach. Hier oben im Haus im Großen ist einer drin. Bald jeder von uns ne Waffe hat, gehen wir jagen. Ja, aber ich bin noch nicht mal in nem Haus und ich hab schon Schaden, das nervt mich schon wieder. Ich hab ne Pistole und nen Backpack. Ne Schrotflinte und nen Backpack und ne Rüstung und nen Helm. Da oben ist noch ne Schrotflinte. Hol' ich mir. Weiß, wir schau' ich nochmal hin und schrumpfen, ja. Neiß Helm. Da oben ist die Doppelschrotze. Unten bin ich schon durch, ja. Westen hast du nicht angesagt, was? Ja, der war noch Westen, ja. Warte kurz, Ben. Noch nicht loshoffen ohne mich. Ich glaub ich hab nen Mate gefunden von ihm. Äh, wahrscheinlich ist einer noch im Osten von uns. Da sind die Türen offen. Na, oder hier oben im Haus. Ich weiß es halt nicht. Der hat übrigens nen Zweierrucksack, wenn du den haben willst. Hab ich. Ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n unten im Osten. In nem zweistöckigen Gebäude. Er kommt auf uns zu, ich hab' ihn gleich. Tot. Wollt grad über die Wand springen immer. Wo hat der hingeschossen, der Typ? Keine Ahnung, auf dich oben eigentlich. Nein, der hat irgendwo hier hingeschossen. Der hat zu dir hochgeguckt. Der hat, der, 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 der hat hier hingeschossen. Ich seh'n auch die Einschüsse. Ja okay, der hat aber irgendwie in deine Richtung geguckt. Vielleicht hat er bloß gehört und hat dann ruhig gedacht, hast du dir die S12 genommen? Jaja. Ja. So. Dem ist ja wahrscheinlich schon alles gelootet. Wo geh'n wir hin? Weiter nach Norden, oder? Nordwesten. Kann ich hier noch mitnehmen? Da? Da ist die so unten laufen am Haus. Sind sie doch am Haus. Aha. Laufen weiter Richtung Norden, einer. Soll ich auch entfernen und auf die schießen, oder? Nein, lass, lass. Okay. Wir können uns nämlich gesehen haben, weil wir ja hier oben auch rumgesprintet sind. Nee. Die laufen nämlich nicht weiter, oder? Doch, läuft weiter. So, acht, fünf. Und dann nehmen wir schon zwei Stück. Ich bin nur ein, aber ja. Ich bin beide hintereinander. Ich kacke weiter rechts und ein. Muss näher ran, so oder so. Ich hab nur die Angst, dass wir irgendwann nach hinten gucken und dann sehen, dass wir ihnen hinterher rennen. Weil die haben halt ne Car oder sowas. Bei dem, wie sie geschossen haben. Ich bin ein ganzes Stück hinter dir jetzt. Weil ich beeile dich bin. Ja, ich hole grad auf. Wir sind direkt Nordwesten von mir. 3.30, fast an der Straße. Wir müssen jetzt an oder über der Straße sein. Nein. Sie laufen weiter zum rechten Compound. Street Norden. Ja, ich seh's. Wie sie laufen. Sie dürften mich, glaub ich, aber nicht allzu sehr sehen. Ich bin voll hinter den... Ah, da schießt noch jemand ganz anderes. Schießt aber auf die. Ja, das ist gut. Ja, ja, der ist irgendwo hier. Darf ich mich einmischen? Ja, ungern eigentlich jetzt grade. Ich seh's, oder? Ich seh's, oder? Ich seh's. Ich seh's. Ich hab nur noch 21 Schuss. Das ist mein Problem. Äh, da ist einer direkt vor dir, ne? Ich hab den, den will ich haben. Einen ausge... eingekillt. Eine von den zwei Fraktionen ist tot. Im... äh, im der... In der Halle, ich weiß schon. Genau. Hier hinter Seite. Ich hab hier vorne. Der ist aber nach dir, zu dir hinten hingelaufen. Wir haben angeschlossen. Ab innen. Sehr schön. Jetzt müssen alle tot sein, die hier waren. Der hat ne K. Der hier auch. Und. Das war schön. Au, ich hab beschossen. Fuck, 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 fuck. Südwesten. Er kommt auf uns zu. Ja, von Baum zu Baum. Hab ihn gehittet. Im Weitensbein aber nur. Da ist noch einer weiter hinten. Hinten auf dem Haus ist der andere. Der andere hinten auf dem Haus... Ah, die haben ja ausgeschaltet den hier vorne. Der andere hinten auf dem Haus. Das hat eine... ...nay? Ja Hinten auf dem Haus ist jetzt runter Hatten Hitzchen Hilt Nice Zacke, die sind hier echt angenehmes Gegnerfutter Ich habe die Saiger weggelegt und habe jetzt eine M16 geholt Hier liegen noch 3 Leichen Ich brauche 5 und 6er Amor Kann ich dir was geben? Hier, ich lege dir 60 an die Leiche eben Ja, das wäre super, weil sonst habe ich gar keinen Schuss mehr Gar nichts mehr, war doch nicht nochmal 30 Gar nichts mehr nicht, aber ich hatte übrigens noch 20 und da Hier Dankeschön Das 2 ist Grund nehme ich mir aber Ich könnte auch noch eins geben können tatsächlich, dass er von Auto Richtung, ich höre es gar nicht Südwesten Ich habe keine Hilfe Waren weiter Ja Da kam noch ein Buggy, waren weiter oben Ja Ja Und zwei Autos Ultra habe ich auf Low gemacht und das läuft definitiv besser Ok, der ist hier direkt nördlich von uns auf dem Hügel Ja, auf der Nordost beim Wasserturm denke ich Nein, nein Nein, nein, der ist hier nördlich auf 50 Einen bei 345 oben auf dem Haus Ja, den würde ich persönlich grad ignorieren Ich meine, da ist grad Blut gespritzt, deswegen habe ich den gesehen Und da ist niemand gestorben Hol mich auf den Hügel Ich würde den Hügel Pushen ist halt echt schwierig in 3rd Person Ich weiß, vor allem so ein Hügel Quatsch Let's try Der liegt da Der liegt da Ich sehe ihn nicht Da rennt sogar einer hin Ah, jetzt sehe ich ihn Ja, da an der Straße ist einer Ja, der rennt da grad hin Hat nen Hit Schwerfe beschossen Von Venedig aus Ich versuchte es nach rechts zu kommen Ich hab ihn gehittet Er ist auf dem dickeren Baum Er ist auf dem dickeren Baum Ja, kann von rechts denke ich einsehen Er ist daunt Er ist daunt Wurde gedowned aus den Häusern Ja Nordwesten Müsst du looten? Ich kann gehen, da ist keine Deckung Hast du noch ähm Ich beweg mich Ammo für die K Ich heil mich gerade Ja Ja Und drück mir den Penke, oder? Ja, 20 kann ich die abgeben ungefähr Ich hab nämlich nur noch äh 25 Ich hab Ungefähr 50 Schuss Ich behalte erstmal Willst du in die Stadt rein, oder was? Gut, eigentlich können wir in die Leichen ran tatsächlich Aber das waren zwei Gegnergruppen, ne? Eine im Westen glatt Und eine dort in 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 einer anderen Richtung Ich stell mich hier in den Baum und schau immer ein bisschen aus Wer hat beschossen Wer hat beschossen? AK-Schüsse Ich werd von woanders beschossen, ich weiß nicht von wo Schalldämpfer Könnte sogar ne VSS sein Äh, ich weiß von wo Oh, die Fern hat mich vertrieben Oben auf dem Tower, auf dem Radio Tower Ne Doch Oben auf dem Radio Tower Hab ich ihm schon einen Hit gegeben Aber ich hab leider nicht den Kopf getroffen Er hat sich oben drauf gestellt Das ist wahrscheinlich sogar der Typ, der mich vorhin von rechts beschossen hat Alles ok? Ja Ja, jetzt aber von Äh, Wasser Äh, hinten 150 Hat nen Hit Muss mich heilen Irgendwann da schon hauptsächlich Direkt auf dem Auf dem Turm, äh Oben beim, beim Da ist auch den UAZ angehalten, ja Direkt unter dem Holzturm war der Er ist oben auf dem Holzturm drauf Jetzt ist er runter gesprungen, sind zwei Einer hat nen Redshirt und einer normal Also sind beide jetzt runter Von dem Turm Der ist aber überall gelootet Hab ihn gehittet Gucken die noch? Jaja Sind die irre? Hab ihn gehittet Achso, da rechts Pieken die noch rum Hab ihn ausgelockt Ne, er ist direkt rechts am Wassertor Bei dem Weg Einer ist weiter rechts auf dem Hügel sogar noch Ich versuch mal hier auf dem Hügel hinter uns hoch zu laufen Auch damit wir eine höhere Position haben Ich halte eben aus, schau Die werden sich gegenseitig aufheben Definitiv Jetzt Naja, ich sehe aber niemanden mehr Die sind da dahinter Die sind deutlich dahinter gekrochen Oh, hier ist auch noch ne Leiche drin Passi Schuss AK Perfekt, danke Da Hast der Hm Ne frische 1er ist wahrscheinlich besser als ne fast zerstörte 2er Wester Ja Nicht für einen Schuss Aber für mehrere Die haben echt den UEC da hochgestellt und haben dann auf uns geballert Verrückte Mongos Hab ich jetzt alles gelootet dummerweise Äh, für Loot bin ich nicht mehr hier, hast du noch nen Booster übrig? Nein Cool, ich lass die Tür unten offen, ne Ja, ist eh alles offen Scheiß drauf Komm schon Wir sind mitten drin Ja Ben, dahin oder nicht? Ben ist mal beschossen gerade Genau von da Von Norden Ne, von Norden von den Häusern Ja sag ich ja, wo ich gemarkiert hab Ja Demnach wohl eher nicht, würde ich behaupten Ich versuch mal hier aufs Haus zu kommen und da rüber zu gucken Mal sehen, ob ich da was sehen kann Mal sehen, ob ich da was sehen kann Kommt ne Airdrop genau in unsere Richtung Ja on, da oben hat nen Hit drauf auf dem Haus Ja oben hat nen Hit drauf auf dem Haus Erdruh kommt direkt neben den Haus runter Ich seh's, ich seh's Ben, wenn wir straight Norden Ungefähr da zu Blau hinkommen Haben wir auf jeden Fall Sichtschutz vor denen Wir können ran Aber wir müssen erstmal dahin Da fährt ein Haus ran, da fährt ein Auto ran Wir haben da gehalten Das ist ja, sind jetzt gleich beschäftigt Jetzt sagen wir moving Ich bin auf dem Weg Ich will mich auf dem Weg machen Ach komm schon Dieser Glitch funktioniert bei mir irgendwie nicht mehr Wie soll ich aus dem Fenster glitschen Oh, jetzt nutzen wir auch schon wieder Glitch Ist mhm Der Duckjump halt Solange das Vaulting nicht drin ist Ey, ich freu mich so drauf Wenn das Vaulting drin ist Wenn du aus jedem fucking Fenster springen kannst Yay Sogar aus dem Mini-Fenster Das macht das ganze Spiel nochmal viel, viel dynamischer Das ist sowas Du kannst ja nicht nur raus, sondern auch rein Ja Wenn die Höhe stimmt Hast du noch irgendwie Bandagen Und ich muss noch wenigstens auf 75 zu heilen Ja, hatte ich grad vor Na gut, nach Norden gehen wir wahrscheinlich schon die richtige Entscheidung Ähm, da hab ich jemanden laufen sehen Auf 210 an den Bäumen Allerdings nur aus dem Augenwinkel Auf der anderen Seite ganz weit weg Also ganz weit weg, 500 Meter weg oder so Ja, ich seh sie, ich seh sie bei Waterworld laufen sie grad rüber sprinten Und da ist auch noch einer auf der Insel Die werden sich gleich bekämpfen Die meine ich tatsächlich nicht Von den Nördlich von uns am Airdrop sind's Und Ben Lass ein bisschen weiter hier rüber auf die Hügel gehen Ich will hier nicht am Rand stehen bleiben Wir gehen an bei die Hügel Ich würd den ersten Airdrop mal sehen Ich seh ihn aber nicht Der ist auf Nordwesten 330 circa Ja, da steht auch ein Dacia an dem Baum Ich bin noch näher ran Ja, ich seh den Airdrop Da liegt jemand dran Oh, da liegt zumindest irgendwas dran Vielleicht ist er auch tot Ja, anscheinend tot Häuser wieder Häuser schießen wieder Äh Äh Ben Umdrehen Warum? Knapp Achso Aber Loot Ja, wir bleiben erstmal hier Die werden zu uns kommen Loot, Knut Schau dir hier diese Schau dir dieses Fort mal an Das wir hier haben Die Pan hat übrigens gerade wieder einen Schuss auf mich abgehalten Ich seh auf Nordwest jemanden laufen Zum Airdrop Ich seh jajaja Er rennt nicht zum Drop Er rennt hier Richtung Hügel vor uns Ne, ich würd sagen der ist Richtung Auto laufen Nein Der nimmt das Auto was dort steht Da steht ein Dacia Der nimmt den Dacia der dort steht Ne Der hat einen Gilly, Mann Und hat das Auto genommen können, Mann Der wird nicht durchs Wasser kommen, Ben Ah, deswegen lauf ich da gerade hin Gesehen wo er rein ist? Ich hab gesehen, dass er da raus ist schon Das ist nicht der Typ im Gilly, oder? Doch Ah, ich wurde gehittet hart Der, wow Von links aber Ja, ist halt hinter nem Haus jetzt Au Von oben vom Haus glaube ich schon, oder? Das ist von links irgendwo Das ist von irgendwo Richtung Rorschach Ich will jetzt hier rein Ich will jetzt hier rein Kommt noch ein Auto bei dir Das ist ne VSS die geschossen hat, oder? Was gibt ein anderes Schalke? Wir bleiben noch hier auf der Seite, aber ne können wir auch blicken Wir müssen rüber Das Auto hat übrigens fast bis durchgereicht Der hat nen USE über uns Ich habe keine, ich hab nur noch 6 Bandanen Das sind die Leute Auf 60 Hab ich grad angeschossen Ja Jetzt sind wir wieder mitten im drin Auf 60 an den Steinen Ist der im Haus drin, oder? Der ist oben drauf Der ist oben drauf, er hat grad hoch geguckt Hier ist noch einer 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 Der ist auf der anderen Seite des Hauses Unten, ach fuck Ach das sind Smokes Null User joined your channel Hab den Gehli Aber einer war noch oben drauf Auf deiner Seite meinste Grüße Und viele sind noch da? Feuchte Heilung Ich kann den First Aid truppen Das wär super Hab ich Geh Brauchst du noch Energies? Ne Ich hab keins Ich dropp dir 2 Aber einer müsste immer noch über uns sein Außer der ist grad runter gesprungen Das kann natürlich sein Wenn der in dem Moment runter gesprungen ist Wo ich da rum geguckt hab Dann war er das vielleicht Ne, der Gehli war da oben Aber der Gehli war jetzt hier unten Gott, wer war da oben? Ich denke der ist runter gesprungen in dem Moment Nein! Der kam aus der Tür raus Ich hab keinen aus der Tür laufen sehen Aber Ist auch egal Brauchst du noch 5 und 6er Amor? Äh Ich hab 70 Ich brauchste nicht mehr Ich hab jetzt auf AK gewechselt Der müsste jetzt sich bewegen Gehler gespottet 1-9-5 An der Straße Hat uns gespottet Ah, ich seh's ja Aber er ist fast tot 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 Ich laufe ein Stück näher rein Gehler gespottet Westen Ich laufe aber näher ran Weil nächste Zone wird uns sonst hart pfisten Ich bin quasi drin Der im Westen liegt einem auch nahe der Zone Der liegt? Ok, damit hab ich nicht gerechnet Ich glaub er ist tot Äh, du hast hinter mir geschossen, ne? Ja Warum liegt im Süden noch ne Smoke? Außerhalb der Zone Das war der Dude den ich auch geschossen hab Der hatte Smoke in der Hand Ich renne zu dir Über wenig bis gar keine Deckung geben Ich glaub ich hab unten am Wasser noch einen gesehen Ah, genau Wir haben hier noch ne Wasserkante Wer entwörtlich von uns Wir haben noch ne Wasserkante hier zwischen uns Komm in deiner Nähe An dem Baum da Ich glaub oben aufm... Ne, da nicht, da nicht, da nicht Aufm Haus oder wat? Wir sind hier safe Du sollst dich wahrscheinlich am besten sogar hinlegen Mit deinem Gilly Vom Haus wird noch ein Schally geschossen Kann halt immer noch jemand im Wasser sein, Mann Also du bist fast unsichtbar, wenn man dich sieht ey Wenn man nicht weiß wo du bist Das glaub ich echt schwer dich zu erkennen Wenn dich nicht so viel bewegst Ach, Schmieler, 6 weiter auf Ja und die sind da Keiner weniger Zwei weniger Ich würde sagen 2 Teams mindestens noch im Haus Immer noch 2 Teams würd ich sagen Ups Smoke Hoff ich Schalldämpfer irgendwo auf 2,40 hab ich gehört Da Die will doch auch noch da drinnen rum Da sind sie doch hinterm Stein jetzt vor mir Sorry ich hab dich voll eingesmalkt, tut mir leid Also hinterm Stein auf 2,40 ist einer Hm, diese Standoffs finde ich schrecklich Hm, diese Standoffs finde ich schrecklich Hm, aber wir sind noch nicht dran Garnate bei mir Smoke Nee, nicht nur Smoke Och, jetzt kommt Smoke, jede Menge Kommen andere Granaten von dort Alter, wie viel haben sie denn? Also ich bin drin denn Naja Aber der ist nicht drin Der ist tot Irgendwo ist noch ein anderer Wahrscheinlich im Wasser Ich seh ihn Und? Ich hab ihn nicht gesehen Lag im Gras Am Wasser Ach sehr schön 7 Kills Weißt du jetzt warum ich sage das ist ziemlich witzig Weil die nix treffen Und komische Sachen machen Und komische Sachen machen